Neue Stoffe mit neuen Eigenschaften entstehen, wenn sich chemische Elemente untereinander verbinden. In diesem Glasrohr leiten wir das Element Chlor, ein gelb-grünes, äusserst giftiges Gas, über geschmolzenes Natrium, ein feuergefährliches Metall. In einer heftigen Reaktion mit greller Lichterscheinung bildet sich weisses Natriumchlorid. Das uns gewöhnlich als Kochsalz oder Speisesalz bekannt ist. Mit Chlor reagieren auch viele andere Metalle wie etwa Eisen, Kupfer oder Magnesium. Dabei entstehen die Verbindungen Eisenchlorid, Kupferchlorid und Magnesiumchlorid. Wir kennen darüber hinaus noch zahlreiche weitere Chloride. Schwefel verbindet sich ebenfalls mit fast allen Metallen, beispielsweise mit Eisen, mit Kupfer oder mit Zink. Soll ich. Die Verbindungen des Schwefels mit Metallen werden Sulfide genannt. Ebenso reagiert nahezu jedes Element, Metall oder Nichtmetall, mit Sauerstoff. Die dabei entstehenden Verbindungen heissen Oxide. Magnesium verbrennt mit grellweißer Flamme und starker Wärmeentwicklung zu Magnesiumoxid. Dieses bildet sich teils als weisser Rauch, teils als kompakter Feststoff. In reinem Sauerstoffgas verlaufen Verbrennungsvorgänge viel heftiger als in Luft. Weisser Phosphor ist sehr leicht entzündlich und verbrennt, verbindet sich also chemisch mit Sauerstoff. Weiss mit Sauerstoffgas verlaufen Verbindungen. Untertitelung des ZDF, 2020